Was? Kannst du so? Guck, guck, Daniel. Ich bruch Gorski. Ich bin jetzt mit dem Tor schon. Ach. Komm. Tod. Tod. Zack. Oh ja, direkt ein Konter. Sehr gut. Ja, hallo? Habt ihr keine anderen Hobbys als Psy? 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 Ach. Ach. Psy? Hast du gleich direkt nochmal ab? Hast du ja auch das Match, was ich hatte, ne? Ach, ich hatte kein K.O. noch dabei. Ach. Ach, Jacob. Ich bin lustig gewesen. Lass den in Ruhe. Danke. Oder so. Timo zum Ex. Timo zum Ex. Psy, Psy. Alle Fall bei Nacheinander in. Äh, hoch. Doch, hol. Oh, mein Gott, ist das gut. Jo, hau dazwischen. Ich muss mein Bein so hoch streppen. Ich glaub bei Kano oder so, er werden in die Brust reingegangen. Stimmt. Nein. Oh Gott. Jetzt sind die Dinge kriegt auch gut, wenn die die man nicht sagen möchte. Weiß ich nicht. He, Beinung, war das gut. Beinig steht wieder auf, toll. Spricht ja sehr für meinen Mut. Wie viel leise hat denn Timon schon? Ich bin auch überrascht. Oh ja, das kriegst du was ja so mit. Wenig macht. Sex haben. Ja. 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 Komm ich an. Ja. Das war's. Oder auch nicht. Der ist von selbst rausgefallen. Nee. Kann ich nicht lösen. Lobo Suplex. Jupp. 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 Was? 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 Was hat die von eigentlich das Finisher? Boah, das ist... Was? Das ist doch ne gute Frage. Weiß ich gar nicht. Das ist was? Das wusste ich mal. Boah. Hast du den Film ja gekriegt? Nee. Du hast die ganze Leistung voll. Du hast die ganze Leistung voll. Du hast die ganze Leistung. Der hat beim ersten Sintel angefangen. Wollt schon sagen. Ja. Ja. Die Wunderschöne geht schon mit. Wollt. 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 Ja. Wollt. 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 Warum ist denn so tot? Wollt. 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 Schön. Jawollt. So. Ich hab nur den Feldmeister gemacht. Wollt. Was hat er denn da zu finish? Bist du gut? Lass mal machen! Genau! Gibt's ja nur K.O. So, du Wichser! Das muss das Gehebel sein! Jo! Opportunist! Das geht aber schnell eigentlich! Ja! Dein K.O. Ah, du ja! Ich sollte noch K.O. ausmachen! Für immer! Das wäre heftig! Ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt einstellen können! Bestimmt, bei genauer! Der ist echt gut, oder? Stone Coat! Nee, der nicht! Achso! Hört, teuer! Und, hab ich recht? Wallermann Musik! Beim Grill! Freist du dich? Nein! Ah! Ah! Oh ja! Mit dem Hammer! Sehr gut! Ich schlaue die Abenteuerung! Bäh! Bäh! Oh! Du hast es nicht gehört! Tren, tren, tren! Das ist gut! Das ist Oskar! Ja! Aber okay! Ja! Nee! Zauber! Du hast recht! Ich hab immer... Ey! Ich bin grad so geknickt, weil ich keine Matches hab! Ich häng hier rum! Bist du ein bisschen langweilig! Warte mit meinem linken Bein hin und her! Wenn ich meine Hand in der Rosentasche habe, du stützt mich mit meinem Kopf und meiner Hand ab! Ja! Ist doch gut! Ich würde gerne... Das wäre gut, wenn man die Story so und so wiederholende Sachen ausschalten könnte! So eine Scheiße hab ich schon in 8 Mal gesehen! Der letzte 10 Minuten! Das ist ja schön, wenn das an jedem nicht schwer hat! Boah! Ich find das schön, ey! Ladepause waren! Ja! Weil es ist ja schon lustig bei den Thumbnails! Und den ersten 3 Videos! Da waren 2 davon mit Ladepause für se! So! So! Wie war das nochmal? Wenn du Partner bist, dann kannst du Kappen dir selbst aufsuchen! Ja! Das kann man sich dann selbst erstellen! Mhm! Oder so! Mhm! Fuck 2! Ich verlor! Ja! 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 So strong! Okay! Work! Stone Cold! Stone Cold! Nee! Jetzt sind wir es eigentlich durch! Ich bin hier abmatch! Irgendwann werde ich ihre Fähne überlegen! Was hast du gesagt? Irgendwann werde ich mich überlegen! Oh! Oh! Was ist das? Oma! Es geht jetzt nicht! Wie? Was ist das? Mich kennt man doch! Ich war ein Champion! Nein! Jetzt werde ich angreifen! Jetzt kippt man auf! Mama! Mama! Ich darf wieder nur zu prüggeln! Jo! 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 Ist mir sowas von scheißegal! Ich habe keine Matches! Vertraue! Jo! Wir haben heute nur Arsch und dafür werfe ich mich umbringen! Haha! Die sehr hippie! Die muss wir bei ihr das gesehen haben! Noch einen? O-o-o-o! Und das ist ja auch ein Waffe! Aber der kann doch mit den Waffe Kattern! Und den Waffe Kattern! Nein! Und den Waffe Kattern! Waffe! 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 Ich habe ihn ja gericht! Waffe! Waffe! Jetzt habe ich noch einen Buss. Waffe! Ich bin so stark. Was? Was? Einmal in die Falle. Mixer, Mixer. Mixer. Alter, ich seh'n mich das brauche. Du willst ansetzen, du willst ansetzen. Man! Ja, nein! Ja, nein! Nein! Zwei Ladepunkte. Ich hab ein bisschen schlechtes Gewissen, das wegen mir in Ladepausen kommen. Und das auch wegen so ner Scheiße. Da rennst du auch noch in den Wechselnchbereich rum. Ja, fahr doch nach Hause, wenn du gelaufen bist. Mal ins Feierabend. Du hast gesagt, Kurt hat es wieder. Ja, klar. Max verdient. Stimmt. Gott, was ein Main Event. Verfehlt meine lieber da irgendwie im Singlen. Aber die New Age Outlast ist dabei. Ich schätze Walter. Papa. Jesse James. Der war gerade direkt im Kugel. Für die anderen hat er gefehlt worden. Erzähl. So. Komm schon. Matches. 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 Wären meine Maßnahmen. Gegen was für Pfeifen kämpfe ich denn? Ich bin im... Wurz-Mucking-Abbyride-Title... Scheiß drin. Ist doch noch gar nichts mehr. Ja. Was soll ich dazu sagen? Wenn ich mal so ein bisschen Spannung habe, weißt du? Trinke ich eine Meldung, bin ich geil. Und das liegt durch. Dann hat er gesehen, okay, ich habe keinen Meldung. Hat er dir einfach gar nichts gesagt. Genau. Wieso hast du es durchgeatmet oder so? Boah. Interessiert mich denn, ob die Pfeifen da ist. Ich hoffe, dass es bestimmt auch da ist. Das ist einfach nicht, ob der da ist. Der ist einfach da. Latex-Titel. Hellschnee. Wer ist dein Tipp, Bono? Ich weiß nicht, ob das vielleicht einfach die Lackenweide war? Beides. Ich trinke mich auch immer mal so ein bisschen... Ist jetzt mal gut. Immer noch mal dabei Musik. Nein, ich habe... Achso. Ah, ich bin ein bisschen red. Ich bin mir die Special Rules. Nein. Oh, warum kann man nicht mal gegen etwas kämpfen, was noch Sinn hat? Ich glaube, bei Spectrum war es eigentlich sogar teilweise... Also Spectrum 1 war es teilweise mit Wohltag frei zu haben. Oder so ein hartes Matchup oder so. Ich habe einfach gedacht, oh, das bin ich immer eigentlich so irgendwie entspannt. Oder hier? Bäh, Kuppel. Kuppel. Kanadische Kuppel. Ah. Haben wir doch noch nicht gesehen. Na egal. Jetzt schafft man es? Ja. Nein. 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 Doch. Nein. Doch. Bisschen langweiler. Hallo? Hallo? Was dagegen? Hallo? Ficht für dich. Hallo? Ja. Wahnsinn. Das ist so ein bisschen ernst. Ja ich kümmer mich über den Hutfahrer. Wobei... Guck mich über beide. Wie lange ist das denn zuletzt? Ja ich muss eigentlich die Fläche über ihn schmacken. Ja genau. Ah stür! Riech an meine Achse. Komm, ist dir jetzt ausgefeilt? Komm, ist dir jetzt auch ausgefeilt? Ich geh hinterher Facebooks-Roller Ey, willst du mich verarschen? Ah, ich wollt mich so alle verarschen Komm, komm Hallo Geht doch Mein Gott Das ist eine schwere Geburt, du Oh, ich hab mich drauf Ja, ich wollt nicht im Vollstuhl sein, das war's Boah, Mann Ich hab mir jetzt gerade mal völlig egal, was du dazu bist Ich hab mich schon da durchgekommen, ja Ich war auch ein bisschen überrascht Was macht ihr da? Oh, Trey Warst du nicht gerade schon in der Luft? Ja Interessiert ist das Spiel? Nein Ich hab mich noch nicht bevor ich dich wegschmeiße Das wollte der echt gar nicht Ah, der hab ich schon so lange nicht mehr gezeigt Ach, was war das denn jetzt? Ja 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 Komm, Roll, ich werd voll Ich werd hier kranker, das gleiche Ups Das wollte ich eigentlich nicht Was? Wofür war's? Was? Was? Ja, das war ein Rips Schmeckt nach Mechis Ja Ja Mech ist schon Ja, aber so nachträglich Auch da, ja Ab und zweit mal Ich hab mir Spaß zusammen, ey Du könnte fast gar nicht wachten, ist geilig, ne? Du springst ja so zu schnell immer Ja Ist kein Wolf Break Nein Boah 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 So hätt schon mal ein bisschen Leben gemacht Tschüssi Schuss Schuss Das ist ein normaler Scheiße Quatsch Was war das denn hier los? Hm? Hm? Jetzt wollen sie beide nicht gehen Wurft ihr den Gutfaser mal an? Jetzt interessieren sie mich auf jeden Fall doch wieder Ach scheiße, wo bin ich falsch Okay, er hat sein Homecrane frei Ne, ne, den Pump Handlewurf, äh, er bringt mich vor Ja, doch, bist du? Ne, ne, das ist, ähm, der, wenn die Driver kriegt Lass mich doch mal in Ruhe, Edge Ey, die machen, die spielen mir voll mit mir Ich bin ganz schön auf'n Strich hier Auf'n Strich? Ja, auf'n Strich gehe ich Echt? Nein, noch nicht So wirklich hat das noch nicht, ne? Lass mich in Ruhe Lass mich in Ruhe Lass mich in Ruhe Lass mich in Ruhe Oh, bitte aufgeben, bitte aufgeben Wenn, dann wäre es mal ein Zufall Nein, leider nicht Schade, schade Auch das war Zufall So, jetzt stirbt Geke, oh Danke Die beiden nicht gepflückt, ja aber gut fahre Vor beiden Zeitabge Boah, Tücherbaut Ja, Tücherbaut Wasp Okay, das ist придING Jäges Felix Seele